Herzlich willkommen hier zum gefälligen Beisammtsein der UNO-Vollversammlung nach einem anstrengenden Sitzungstag. Eine wichtige Nachricht für alle, die sich noch politisch weiterbilden wollen. Die SPD, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands, leidet unter drastischem Mitgliederschwund. Die Partei wird immer älter und seit der Zeit von Willi damals 300.000 Mitglieder weniger. Die SPD hat zur Zeit so wenig Mitglieder, ja, nicht mal mehr für das Amt des Bundeskanzlers, fand sie ein Sozialdemokrat. Noch schlimmer ist es bei der PDS, heute aktueller Mitgliederstand 172 und früher waren es mal 17 Millionen. Dann, meine Damen und Herren, eine Umfrage, die mich zu gleichen Teilen neidisch, aber auch stolz. Hauptsächlich stolz, 1,5% stolz gemacht hat. Eine Umfrage, ich glaube, an der Universität in Bremen unter jungen Menschen, unter arbeitsscheinen Menschen von, glaube ich, 12 bis 72. Wer wäre Ihr Lieblingsbundeskanzler? Platz 1, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, Günther Jauch. Günther Jauch, Platz 1, als Sie zu sagen. Und ich muss sagen, ich habe kurz nachgedacht, ja, ich bin auch dafür. Er wäre besser, denn schließlich hat niemand so viel Geld in den Aufbau Ost gesteckt wie er. Der Kanzler hat sich sehr viel von Günther Jauch abgeschaut. Wenn Sie mal scharf nachdenken, werden Sie feststellen, stimmt. Schon zur Hälfte seiner Amtszeit hat er im Kabinett den 50-50-Joker gezogen. Helmut Zahle und Ben. Heute haben wir eine Schauspielerin zu Gast, der einen Film mit ihr startet heute. Er heißt Wien, wie der Film? Wien. Wiener. Wien. Er heißt Wien. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Er heißt Wiener. Er heißt Wiener. Ich dachte Wien. Wiener. Wiener. Wien. Er spielt in Wien, glaube ich. Ja. Und heißt Wiener. Und sie kommt aus Ungarn. Sie spricht glänzend Deutsch, obwohl sie bis vor zwei Jahren noch kein Wort Deutsch gesprochen hat. Unglaublich. Ja. Zum ersten Mal bei uns und natürlich mit diesem tollen ungarischen Akzent, der für mich als Operetten-Fan, natürlich, Gräfin Marica, Joi Mama, ich denke oft an Pyroschka. Hast du es eigentlich mal gesehen, diesen Film? Nee, ich kenne es eigentlich nur durch deine Erzählung. Aus meinen Schilderungen. Ja. Sollst mich doch Piri sagen. Wir, die älteren Menschen, haben diesen Film gerne oft gesehen, immer dann, wenn Sissi nicht kam, kam, ich denke oft an Pyroschka. Heute haben wir bei uns Erika Maroschan. Damals, wie Bämme noch bei Esdreich war, in Schöne alte K&K Monarchie, die ganze Operette lebt von diesem Akzent. Ja klar. Und es sind immer nur Einzelne auf der Bühne, es sind ja Tolle in diesen Operetten, die diesen Akzent haben. Danke, lieber Sven. Vielen Dank. Es sind nur in diesen Operetten einzelne Künstler, die diesen ungarischen Akzent haben. Viele haben einen amerikanischen Akzent mittlerweile, ja, weil irgendwie fette Tenöre, die halt die Röhre haben, aber natürlich nicht mehr den Schmelz mitbringen und meistens ist es der Buffo, der Komiker in der Operette, der noch Akzent hat. Gräfin, kommen Sie bitte raus, Gulaschsuppe ist fertig. Richtige Gulaschsuppe, das ist ja dieser Satz aus Pyroschka, richtige Gulaschsuppe brennt zweimal, einmal wenn geht rein und einmal wenn geht raus. Kommt hier auch an. Na klar. Damit, damit habe ich, damit habe ich früher in Bierzelten abgeräumt. Ja. Ja, damals. Kurz nachdem ich von der Kirche alleine nicht mehr leben konnte und das ist eine tolle Überleitung. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute zu Ehren von Boris Becker das Bier Alte Liebe, die dunkle Weiße. Boris Becker. Das ist mal wirklich, muss ich sagen, danke Bild. Unsere Welt ist schlecht. Nicht überall, aber überall dort, wo amerikanische Freunde nicht dafür sorgen können, dass sie besser wird. Genau. Und dort ist die Welt dabei sehr schlecht, es kommt zu unschönen Zwischenfällen. Aber heute eine Titelseite von Bild, die ans Herz geht, wo man weint und wo man sagt, eigentlich wünscht man sich nur eins, dass man das selber auch mal erleben darf. Ja, genau. Denn das war heute die Schlage Bild. Ich bin Boris' erste Liebe. Siebzehn Jahre war es ihr großes Geheimnis. Was muss diese Frau gelitten haben? Oder? Siebzehn Jahre. Andrea, 33. Ja. Ja. Sie war damals 15. Richtig. Und 17 Jahre, Babs hat da mittlerweile mehrfach nicht geheiratet, nur einmal Babs, ja, aber dann Aktion Wimbledon und so weiter. Und alles hat diese Frau stumm erlitten und jetzt bricht sie ihr Schweigen. Ja, es war glaube ich irgendwie, es gibt eine neue Biografie über ihn und da drin kommt das vor und deswegen hat die Bild-Zeitung sie angerufen. Zu Recht. Ja, ja. Und ich finde toll, dass sie spricht. Ganz genau. Das finde ich toll. Ich glaube nicht mal, dass sie Geld dafür bekommen hat, oder? Na, bestimmt nicht. Also, ich glaube es ist ihr Wunsch, einfach zu sagen, ja, ich bin Boris. Hier drin ist auch ein Foto, wie sie früher aussah, als Boris auf sie abgefahren ist. Ganz genau. Ja, so sahen Frauen damals aus. Das ist sie heute. Was studiert sie? Soziologie? Soziologie-Studentin. Soziologie-Studente. 33 Jahre, ja. Eine junge, moderne, 33-jährige Soziologie-Studentin. Hier ist die Komplettaufnahme. Ich finde auch, sie hätte Boris, besser zu Boris gebast, als manche von den anderen Schlampen, die er genagelt hat. Ja. Hier. Und so. So sah sie damals aus. Und es, eine irritierende Passage ist drin. Sie, es steht drin, sie schlich sich heimlich in Boris' Zimmer. Das ist klar in dem Alter. Ja, aber sie durfte zu Hause bei Boris übernachten. Ja, aber eigentlich nur im Gäste-Doppelbett. Und dann ist sie aber in sein Zimmer immer. Im Zimmer der Schwester hat sie geschlafen. Ah ja, stimmt. Ja. Ich hätte zum Beispiel als Vater in Köln Angst, dass sie was mit der Schwester anfängt. Heutzutage. Ich will sagen, nein, schlafen Sie lieber im Bangeren Sohn. Sie flüsterte, friss mich nicht auf. Ja, das ist sehr gut. Hier, friss mich. Boris hatte so einen roten Mund damals. Ja, ja. Der hat doch immer noch, oder? Er hat seine ersten Kussversuche. Äh, hallo. Ich meine, wie heißt du? Damals war er noch der unbekannte Boris. Na klar, völlig. Und die Freunde waren gemein und haben gesagt, was ist er denn mit dem? Noch vor Wimbledon. Noch vor Wimbledon. Aber er trug, als er in Wimbledon zum ersten Mal gewonnen hat, ihre Kette. Weißt du, wie damals sein Spitzname war? Nein. Wusste ich auch nicht. Frosch. Frosch? Kommt man auch herzlich drauf. Denkt man ja, grün, ne? Ja. Boris mit roten Haaren. Und strampelt und so? Ja, genau. Nein, wegen seiner heraustretenden Augen. Stimmt. Guck mal, da kommt der Frosch. Mit diesem badischen Akzent. Oh Gott, die geht mit dem Frosch. Hör mal, das glaubst du nicht, mit wem der Frosch jetzt geht. Echt hat der Arme eine abkriegt. Denn damals, heute ist er natürlich unser größter Weltstar. Boris. Ja, ja, klar. So wie Franz. Und Schumi. Und Schumi. Und Schumi. Aber damals war er natürlich Boris, Spitzname Frosch und nicht so cool wie heute. Ich glaube, er ist sehr, sehr happy, heute zu sehen, dass sich noch an ihn erinnert. Ja, natürlich. Vielleicht hat er sich immer gewünscht. In guter Erinnerung. Ja, ist schön. Ist das auch mal? Eigentlich träume ich auch davon, dass sie zum Beispiel meine erste Freundin mal meldet. Wer war das denn? Ich meine, das ist die Frage, was ist die erste Freundin? Die erste Freundin ist schon wie bei ihr, also richtig mit Zunge und... Also nicht mal Händchen halten und Grundschule und anhimmeln. Die erste Freundin ist schon mit im weitesten Sinne sexuellen Kontakten. Im weitesten Sinne? Ja, also man muss ja nicht direkt in die Kiste gehen. Ja, was heißt Sex? Ja, zusammen sein, wenn du sagst, die erste Freundin, wo du gesagt hast, mit der gehe ich, mit der knutsch ich. Also meine erste Freundin hieß Karin. Karin. Wie alt? 16. Und du? 30, nein. 19. Oh. Nur Zunge oder Komplettprogramm? Ähm, das ist so, von mir aus Komplettprogramm von ihr Null. Okay. Ja. Meine erste Freundin ist Claudia. Oh. Ja. Wie alt? 14. Und du? 16. Oh. Und das ist eine andere Generation natürlich schon. Ja. Ja, und natürlich eine Großstadt wie Köln. Ja, aber Vater mal Helmut, das ist doch bestimmt irgendwie... Wieso? Wie alt warst du bei deiner ersten Freundin? 16. Auch. Und sie? 15. Ja. Wie hieß sie? Dominique. Oh. Was? Sie kam aus Belgien. Aus Belgien? Aus Brüssel, ja. Ach, habt ihr euch im Urlaub kennengelernt oder wie? Ja, so Schüleraustausch mäßig in Belgien. Ja? In Dehaan hieß das. Ach, schön, dieser sympathische Badeort. Ja. Ja. Da war Schüleraustausch? Ja, genau. Bist du da hingegangen, um Sprachen zu lernen oder warum? Nö, eigentlich um Frauen kennenzulernen. Dominique, aber habt ihr nie mehr Kontakt gehabt oder wie? Ach, das hat sich ein bisschen zerlaufen, weil immer vier Stunden mit dem Zug da hinfahren, weil... Ja, das ist es eben. Hart. Ja. Ja, pff. Und dann wurde mein Französisch immer schlechter. Ja. Ja, man unterhält sich ja dann meistens so mit diesem Englisch. Weil die nicht richtig... Man kann nicht richtig Französisch, die können nicht richtig Deutsch und so. Sehr ärgerlich. Dürfen wir dich auch fragen, Susanna? Ja, ich habe gerade überlegt. Also ich war 15 und das war eine Urlaubsliebe in Kroatien und er hieß Vedran. Svet, ein Kroate? Ja. Wie alt? Aber lebt in Deutschland. Er war drei Jahre älter, glaube ich. 18. 18, ja. Ich stelle fest, dieser Altersunterschied damals... Frauen sind immer jünger, ne? Frauen, ja, damals. Bei Boris, sie 15, er 17, sie 15, bei dir 19, 16. Ja. Aber es sind auch viele so, die zum Beispiel mit einer 70-Jährigen zum ersten Mal Kontakt haben. Wegen der Erfahrung, ja. So Pianistengenies, das hat man häufig, so russische Genies, die mit 5 können sie alles auswendig und mit 10 kombinieren sie selber und die sind dann mit 70-Jährigen Frauen oft zusammen. Wo die Welt rätselt, aber es ist irgendwie... Die Tanten. Ja, irgendwie so mit... Wir kriegen auch Schläge, wenn sie falsch spielen. Es ist eine andere Welt, die Welt der Kunst. Aber keiner hat mehr Kontakt. Aber es wäre doch schön, wenn sie mal... Also ich schlage jeden Tag in die Zeitung auf, ob nicht mal eine frühe Freundin sich meldet. Ja, ist auch schön. Ich mache ja gerade meinen Keller sauber, also leer, weil wir sind ja vor drei Jahren umgezogen. Ja. Und ich fange jetzt an, die Kartons, die da unten seit drei Jahren stehen, auszusortieren. Und da habe ich ein Foto gefunden. Von Dominik? Von Dominik und mir auf der Couch. Auch vielleicht können Sie es mal mitbringen. Bring ich morgen mit. Auch bringen wir mal mit. Ja. Total süß. Ich habe kein Foto mehr von Karin. Oh. Leider. Ja, ich habe schon eins, aber das kann man jetzt nicht einfach zeigen. Nein, das ist ja, man muss ja den Persönlichkeitsschutz dieser Damen, die vielleicht heute... Ich meine, Dominik ist in Belgien, das ist ja aber... Ja, was ist Belgien heute? Das ist ja im Grunde alles eins durch die EU. Ja, aber man weiß ja nicht, ob diese Damen nicht vielleicht jetzt mittlerweile mit dem Bundeskanzler verheiratet sind oder was weiß ich. Nein. Ich hoffe, Bild betreibt diese Geschichte weiter. Ich finde, Boris müsste Sie mal einladen, oder? Ja. Irgendwie nach München mal schön essen gehen oder so in alten Erinnerungen, in Schwelgen. Wie er kann es ja seine Cousinen, so. Ja. Aber Sandra... Na, wie heißt sie? Andrea. Andrea hat doch jetzt bestimmt auch einen Partner. Davon steht da nichts, ne? Aber eine attraktive junge Frau, das ist kein Single, oder? Vermutlich nicht. 17 Jahre war es ihr großes Geheimnis. Das muss auch hart sein, wenn du irgendwie sitzt und es wird über ihn gelästert und es war ihr großes Geheimnis. Und du selber kannst nicht sagen... Wie damals Konikova. Genau. Das war ja gar nicht Konikova. Wie heißt sie? Ermakova. Ermakova. Wir kommen jetzt zu einem kulturellen Highlight unserer Show, denn es hat Tradition. Jedes Jahr heißt es, Le Ikea Primeur est arrivé. Genau. Der neue Ikea-Katalog ist da. Und ist das eigentlich Schleichwerbung, wenn ich hier so ausführlich den Ikea-Katalog vorstelle? Nein. Nein. Es ist eine kritische Auseinandersetzung. Wir äußern uns ja auch durchaus kritisch diesem sympathischen Unternehmen gegenüber. Ja, das ist wie der neue Duden ist da, der neue Brockhaus ist da. Also das ist ja der neue Otto-Katalog. Ja. Der neue Ikea-Katalog, das hier ist der... Und es gibt einen neuen Trend. Wir haben es schon kürzlich ausführlich gewürdigt. Letta. Ja. Die erotische... Das erotische Streichfett. Und da war Letta hoch zwei. Leben an sich streichen an sich genügt nicht mehr. Stell ich jetzt fest. Ja. Letta hoch zwei. Bei Ikea heißt es Lebe hoch drei. Lebe hoch drei. Ein neuer Trend, die Möbel mehr an die Wand zu hängen, stelle ich fest. Ja. Schauen Sie hier, die Stühle werden an die Wand gehängt. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja. Ein Besuch kommt, nimm mal eine Wand von der Stuhl. Stuhl von der Wand. Und alles in einem. Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Wir haben kürzlich schon darauf hingewiesen, dass das Sinnloseste überhaupt ist, die Einrichtung eines Arbeitszimmers zu Hause. Nie benutzt man es. Aber natürlich wegen der Steuer. Du kannst ja absetzen. Und Kunstgegenstände in einem Arbeitszimmer. Ja, nee, aber du darfst es wirklich nicht anders nutzen, ne? Nee. Und das allein schon aus dem Grund lohnt sich's. Da bleibt ganz schön was übrig unterm Strich mit so einem abgenutzten Arbeitszimmer. Wir haben hier die attraktivsten Angebote des neuen Ikea-Katalogs für Sie mal auf Pappe geklebt, wie es in Fachsprache heißt, damit ich es besser zeigen kann. Und zwar, es ist ja bei Ikea, es sind ja nicht nur immer die tollen Möbel, sondern es ist ja auch ein Schnellkurs in moderner Lebensführung. Zum Beispiel schauen Sie mal hier diese, ich nehme an, es ist eine Familie. Das ist eine aktuelle Ikea-Küche. Was mir besonders gut gefallen hat, ist da oben der Wein. Ja, dieses Weinlager. Es ist eigentlich der ideale Platz, um Wein zu lagern. Genau. Schön warm. Das heißt, je nachdem, was Sie kochen, treibt es die Korken auch mal von alleine raus. Und, das weiß natürlich ich als Hausfrau, es lagert sich ein sympathischer Fett- und Schmutzfilm auf den Flaschen ab, wo man unbedarften Gästen sagen kann, das ist ein ganz alter Jager. Ich glaube, dass ich heute nach Ende der Show Ikea noch mal aufschließen lasse, um mir das hier zu kaufen. Das ist was mega Praktisches. Ein Computer, ein Bildschirm-Beistelltischchen. Ja. Für nur 88 Euro, super praktisch. Das ist nämlich, damit das Arbeitszimmer gespart wird, hat Ikea ganz viele Möglichkeiten, im Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, in dem Fall, das Arbeitszimmer zu integrieren. Fantastisch. Ja. Und es ist auch kein Teil, wo man randstößt. Nein. Oder dass eigentlich 360 Tage im Jahr im Weg rumsteht. Ja. Es ist ein super modernes Lernprogramm hier drauf, vielleicht können wir das mal sehen. Das sieht man auch in 80 Prozent unserer Büros während der Arbeitszeit übrigens. Am Tisch ist rätselhaft eingedeckt. Man sieht zunächst mal ein Kind und eine Frau. Ich würde sagen, es sind Mutter und Tochter. Das sieht so aus, ja. Es könnte aber auch sein, Tochter und zum Beispiel Fitnesstrainerin des Mannes. Die Tochter hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Marie Lourdes, finde ich, der Tochter von Madonna. Die Tochter? Ja. Und das ist ja auch der Papa ein kubanischer Fitnesstrainer. Ja. Dass sie zum Beispiel so, also Besuchsrecht hat. Verstehst du die Fitnesstrainerin? Dass sie alle zwei Jahre mal kommen darf zum Lernen. Ach so, sie ist schon die leibliche Mutter, hat ausgetragen. Ja, aber er zum Beispiel ist jetzt mit, was weiß ich, der Schwester von... Du bist mit dem Finger auf der falschen Seite, deswegen ist der Kameramann so irritiert. Ach so. Ach, ich muss unten hier. Eher zum Beispiel mit so der Schwester von Mette Marit oder sowas zusammen. Also nicht der Vater? Doch. Der Vater von einem Mädchen und das sind die leiblichen Eltern. Verstehst du es nicht? Wir sehen hier in altem Sinne eine Familie. Ja. Aber die Mutter und der Vater leben nicht mehr zusammen. Okay, wer lebt aber da in einem Haushalt jetzt? Ja, das ist die Frage vielleicht, die für die hier eingedeckt ist. An diesem Tisch. Wobei, da steht ja noch ein Saft. Ja. Und ein Kinderbuch. Die leibliche Mutter... Ja, da hat doch gerade der Vater drin gelesen. Also der ist doch gerade aufgestanden und hat sich noch den Milchkaffee... Nein, der Vater schlägt sich Milch im Töpfchen, hier. Ja, einen tollen Cappuccino. Ja. Das ist so ein Milchkaffee. Ja. Aber das ist ein bisschen unglaubwürdig. Das macht man entweder mit der Maschine oder die Frau macht das. Oder sie ist das Kindermädchen. Oder sie ist das Kindermädchen. Aber wahrscheinlich ist es doch eine ganz normale Familie. Oder sie ist das Kindermädchen, das verbotenerweise einen Freund mitgebracht hat. Das könnte sein. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Es ist das Kindermädchen. Und zwar so, es ist eine ganz moderne Familie, ja. Die Eltern sind über das Wochenende nach Toulouse gefahren, weil die Mutter dort eine Ausstellung eröffnet. Okay. Die Mutter malt und man hat gesagt, mach erst mal Toulouse, Paris, das kriegen wir noch. Ja. So, und Consuela, das Kindermädchen, hat Jean-Claude, den französischen LKW-Fahrer, mitgebracht, der aber, natürlich, weil er sich nicht auskennt, dieses Milchrührgerät nicht findet. Ja. Oder als Franzose gar nicht weiß, dass es so was gibt. Er macht es mit dem Schneebesen. Er macht es mit dem Schneebesen. Tolle Küche, moderne Familie. Wunderbar. Ein Traum. Wer es in der Küche lieber ein bisschen rustikaler hat, diese Küche, die ich jetzt Ihnen zeige, sieht auch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ernährungsbewusster aus. Ja. Das ist halt ohne Kinder. Noch. Ist sie schwanger? Vielleicht sind die Kinder weg. Ich sehe gerade hier dieses Teil hier. Das ist der Traum der modernen Küchenbesitzerin. Alles offen. Hier. Schau hier unten. Das Kleine. Hier. Rechts. Rechts. Halt. Herr Reis. Hör. Halt. Hier. Das ist der absolute Traum. Alles offen. Nicht diese spießigen Einbauküchen, wo alles zu ist. Ja. Auch ideal. Hier findet der Fettfilm sein zu Hause. Und es ist immer so, wie du es in diesen Spitzenküchen siehst, wo die Starköche Brandblasen auf den Händen haben, weil sie so cool das Fett reinschmeißen und so, wo dann einfach ohne hinzugucken unten die Pfanne rausgeholt wird, sagt, bumm, die richtig abgewogene Hummermenge, klein gehäckselt und so draufgeschmissen und so. Und so will man kochen heutzutage. Eigentlich fehlt mir hier noch in dieser Küche, dass der Herd in der Mitte steht, wo Freunde drumherum sitzen. Oder? Hast du das nicht bei dir zu Hause? Es wird nächste Woche umgebaut. Hast du das? Nein. Ja? Ja, viel zu klein die Küche. Ich hab doch alle. Ja, stimmt. Naja, was man halt auf 40 Quadratmeter insgesamt so unterbringt. Ähm. Insgesamt ist die Küche, glaube ich, eher was für Paare, die auch gerne Dialoge führen. Man nennt das auch Pantry, glaube ich. Ja. Ja? Und hier, diese Geräte, die werden sehr viel benutzt. So Spargelschneiden, Parmesanreibe, stellt sich auch nie die Frage, wer soll das sauber machen. Genau. Und was ist denn das hier? Ist das ein Spargelaufbewahrer? Das hab ich noch gar nie gesehen, ja? Wo? Das hier. Das da. Ach, stimmt. Ein Einsatz? Was heißt das? Ich bin ja nicht. Und damit das eben nicht unten auf dem Boden festklebt, ist das in diesem Netz drin, in diesem Techer. Also ein tolles Gerät, das nur wieder mal meiner Ignoranz und Ungebildetheit zum Opfer gefallen ist. Man dämmt Spargel. Man dämmt Spargel. Ich mag keinen Spargel. Ne? Ne. Du? Ach doch, ja. Schönen grünen Spargel mit Parmesan. Ja, ne, gut, wer es mag, also ich mag es nicht. Aber ich würde nie jemanden zum Beispiel reinreden und sagen, wieso isst du Spargel und so. I, oder was? Ne. Ne. Ich mag ja keinen Spargel. Ist okay. Lang genug wäre ich gestochen, um durchzukommen. So. Äh, jetzt. Jetzt kommt etwas, das zeigt, dass die Möbel Leute von Ikea Psychologie interessieren. Sie wissen, wie zum Beispiel Leben mit Kindern aussieht. Und zwar, schauen Sie mal hier, süßer kleiner Text, Damenbesuch nach 10, es muss nicht die Soziologie-Studentin sein, nein. Auf das Triple-Zweier-Nackter-Füßchen in der Nacht können Sie sich vorbereiten. Mit einem Gästebett zum Beispiel, das am nächsten Morgen einfach unter Ihrem großen Bett verschwindet. Das heißt, was gibt es Schöneres für junge Eltern, als wenn, klick, erstmal die Klinke aufgezogen wird, dann geht die Tür auf und dann Trippeltrappel, Trippeltrappel, kommen um 5 Uhr morgens kleine Füßchen mit einem Kind dran, selbstverständlich, ja, und kuscheln sich zu Papi und Mami ins Bett. Klar. Das empfinden natürlich, es gibt natürlich unterschiedliche psychologische Richtungen, wenn man sagt, soll man dem Kind das erlauben, soll man es dem Kind erlauben? Auf gar keinen Fall. Nie, hart, ganz hart, raus. Also vielleicht in den ersten 4, 5 Tagen nach der Geburt. Ja. Die Argumentationskette ist immer die gleiche, ob das jetzt ein paar Wochen alt ist, ein paar Monate, ein paar Jahre, es schläft halt am besten da und man kriegt es nie mehr aus der Mitte raus. Das ist es? Ja. Also knüppelhart von Anfang an zurückbringen das Kind. Ja, ich kenne viele Ehepaare, elf Jahre ist das Kind, schläft immer noch zwischen den Elfen. Iiiiih. Ja, wie, iiiih. Viele sagen, ja, die Frauen wollen das, weil sie nach der Geburt keinen Sex mehr wollen. Das kannst du die Gründung sagen. Das ist so. Was, diese These gibt es? Ja, hat zuletzt eine Kollegin noch an Mittag. Wieso werde ich bei solchen Gesprächen nicht hinzugezogen? Ja. Wieso erfahre ich das nicht? Eine Kollegin, die bereits Mutter ist oder die das aus dem Vorbildpreis hat? Nein, eine Kollegin, die auch die Patin ist, selber kinderlos, aber verzweifelt ist, weil sie ihrer Freundin auch immer sagt, schick den Jungen raus, der hat nichts in deinem Bett zu suchen. Ja. Und dann berichtete ich auch aus meinem Bekanntenkreis von Fällen und dann sagte sie eben, sie vermutete, dass viele Mütter das extra machen, um keinen Sex mehr mit dem Partner haben zu müssen. Um zu sagen, das Kind schläft. Ja, genau. Und ich kann ja nicht, das Kind schläft ja zwischen uns. Du willst ja wohl nicht etwa während das Kind und, ja. Moment, das ist wieder mein Gebiet. Und das kann ja eine Variante sein, sozusagen, zwischen sehr urtümlicher Lebensweise, wie früher zum Beispiel in Russland, ja, oder heute noch bei den, Achtung, Inuit. Ja. Wir sagen nicht Eskimo wie die Menschenfeinde, wir sagen Inuit, wo man sich warm hält oder so. Und einer, wie soll ich mal sagen, gesteigerten, erotischen Spielwiese. Ja, aber... Dann hat der Satz, sei leise, dass das Kind nicht aufwacht, einen Sinn. Was hältst du davon? Ne, da halte ich gar nichts von, weil natürlich die Kinder auch bei diesen sehr urtümlichen Lebensformen selten dazwischen, sondern wenn, daneben gelegen haben. Ja, natürlich daneben. Ja, aber die Kinder schlafen auch immer in der Ritze. Ach so, ihr habt noch eine Ritze. Nein. Also, wir haben jetzt keine Ritze, aber bei vielen Menschen gibt es eine Ritze. Also, in diesem, in diesem Wasserbett, das ich aus den Flutspenden bei mir zu Hause abgetragen habe. Es funktioniert auf jeden Fall nie im Leben, dass du ein Bett unten vorziehst und dem Kind, das morgens ankommt, sagst, leg dich in das Bett. Das ist ein solches Gequengel und Geschrei. Ja, natürlich, das ist es ja. Weil das Kind will natürlich zu den Eltern ins Bett. Na klar. Kein Kind kommt morgens ins Schlafzimmer, um sich in ein Gästebett da zu legen. Natürlich schläft dieses Kind hier alleine. Warum eigentlich? Wo sind die Eltern? Wo sind die Eltern? Und es ist Tag hell. Es ist Tag hell. Es ist Tag hell. Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist folgendes. Aufgrund verfehlter Sozial- und Familienpolitik ist es nicht möglich, diesem Kind eine Ganztagsbetreuung zukommen zu lassen. Und die Eltern, junge Assistenzärzte haben dem Kind in den Fenchel-Tee hammerharte Barbituriate reingeben, damit es durchpennt, während Sie selber im Krankenhaus arbeiten. Sehr cool. Alles in allem kann man sagen, der neue IKEA-Katalog besser denn je. Ja. Fantastische Möbel. Wendet sich an die Hauptziel-Gruppe. 30-somethings, junge Familien, Patchwork-Familie, Single-Multikulturelle-Lebenseinstellung. Sehr multikulturelle. Ganz wichtig. Da sind dunkelhäutige Jungs mit Krone drauf, die stricken drin. Hier im Katalog? Ja. Finde ich das so schnell? Nein. Das ist sehr PC, irgendwie um Seite 300 rum. Um Seite 300 sind dunkelhäutige Jungs, die stricken. Hier, das ist ein Kind, das ist ein Clown. Das ist pure schlechte Gewissen der Eltern, dem Kind so eine Perücke zu kaufen. Ich suche das jetzt mal schnell. Die Zeit haben wir, ja? Ja, ja, das muss kurz davor sein, vor dem Clown. Kurz davor. Hier. Das ist aber ein süßer Junge. Hier. Ja, genau, da ist er. Er strickt? Er strickt doch nicht. Ja, was macht er denn sonst? Ja, er baut, baut er nicht. Ach doch, tatsächlich. Also ein Junge, der strickt und eine Krone auf hat. Hm. So viele Randgruppen kriege ich in einem Satz gar nicht unter. Ja, genau. Toll. Auf zu Ikea. Ich trage mal ein. Auf zu Ikea. Krank? Niemand? Anke. Anke? Gut, Besserung. Und? Sonst? Alle da. Alle da. Fantastisch. Dann kommen wir zum Ergebnis unserer Wahlumfrage. Sie wissen, die legendäre Frage. Zehn Tage vor der Bundestagswahl. Oh, nur 79,9 Prozent Wahlbeteiligung. Sehr wenig. Was ist das denn? So. Haben einige nicht die richtige Partei auf dem Zettel gefunden? Das weiß ich nicht. Ja, das ist die niedrigste Wahlbeteiligung, an die ich mich erinnern kann. Sehr niedrig. Oder? CDU, CSU, 21,5 Prozent. SPD, 46,6 Prozent. Wahnsinn. Grüne, Grüne, 14,7 Prozent. FDP, 12,6 Prozent. Und PDS, 4,7 Prozent. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ganz lockerer Sieg für die aktuelle Koalition. Über 60 Prozent. Aber ein Mega-Ergebnis für die SPD bei sehr geringer Wahlbeteiligung. Das heißt? Für mich als Analytiker heißt das, wenn Sie wollen, dass Gerhard Schröder Kanzler bleibt, bleiben Sie am 22. September zu Hause. Oder? Oder kann man das nicht so hochrechnen? Ja. Also. Das heiße für mich messerscharf, oder? Ja, ganz anders als gestern. Da hatte die CDU 40, heute weniger. Ja. Dramatisch angemacht. Aber so ist es. Ich glaube, viele sind noch nicht entschieden. Deswegen machen wir das ja, um Ihnen eine kleine, total demokratische Entscheidungshilfe zu geben. Mein heutiger Gast hat heute Kino-Premiere. Der Film Vienna startet heute in unseren Kinos. Sie kennen sich vielleicht auch aus dem Spielfilm Gloomy Sunday. Herzlich willkommen, Erika Maroschan. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, weil wir haben so gut wie nie Gäste aus Ungarn. Ich freue mich auch. Ja. Und ich finde das toll, wie perfekt Sie Deutsch sprechen. Und haben Sie wirklich erst vor zwei Jahren gelernt? Genau. Genau. Nach dem Film Gloomy Sunday habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und das war zweieinhalb Jahre her. Das ist erstaunlich. Wo haben Sie das gelernt? Also erst mal an der Goethe-Institut hier in Deutschland. Ja. Ich habe nur in Deutschland Deutsch gelernt. Ja. Und danach einfach aus der Straße. Also ich höre zu und ich versuche möglicherweise viel zu kommunizieren. Und dann, ich lese auch sehr viel in Deutsch. Und haben Sie sich in Situationen begeben, um das testen zu können, wie das funktioniert mit dem Deutschen oder um Umgangssprache zu lernen? Ähm, ja, also im Café, Restaurant. Und ich habe auch viele Freunde, Freunde, Zwischenzeit in Deutschland. Wo, wo Sie das dann nicht? Die verbessern mich. Ja, im Gespräch. Aber ich finde ja diesen Akzent so toll. Wissen Sie, dass das in deutschen Operetten immer ungarischer Akzent so nachgemacht wird? Immer noch? Ja. So spielen wird. Ja, also ich kenne zum Beispiel Marika Röck nur von hier aus Deutschland. Die kennt man in Ungarn gar nicht? Doch, doch, schon. Aber wird nicht so viel von, wahrscheinlich von ihr gesprochen als hier in Deutschland. Ja gut, jetzt hier mittlerweile auch nicht mehr so viel. Aber, aber sie war, das ist richtig, sie war eigentlich so die Parade-Ungarin, die man so vom Akzent kannte. Leben Sie noch in Budapest? Ja. Was ist Budapest heute für eine Stadt? Also, ja, also mein Herz ist klopft, wenn ich von Budapest rede. Aber muss ich schon, also muss ich schon sagen, dass es immer noch ein bisschen verfallene Stadt, immer noch so glänzend aussieht wie die Großstädte in Europa. Aber hat einen bestimmten Charme und die Leute sind ganz nett und die, die machen auch viel Spaß. Also man sagt ja mal Budapest, das wäre das Paris des Ostens. Ja? Ja, die Leute sagen immer, die da waren schon. Und hat sich, ist die Stadt irgendwie, sag ich mal, noch offener oder moderner geworden, seit es den Ostblock nicht mehr gibt oder ist das dann eher ein bisschen zurückgegangen? Also, modern ist schon, also viele ganz neue Kneipe aufgeöffnet wurde und, ähm, aber weiß ich nicht, was modernes heißt. Ja, also dass man sich so mehr noch an die westlichen Städte angleicht, also... Ja, schon ein bisschen, also langsam. Ja, und sich aber diesen eigenen Charme noch eigentlich aus der K&K-Zeit... Genau. Wird da eigentlich noch davon geredet, nein, von der K&K-Zeit? Von der K&K-Zeit? Ja? Doch, doch, ganz viel. Ja? Ja. Aber nicht mit Bedauern oder wie, dass es vorbei ist. Ja, 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 also, ähm, ja, also, ähm, ja, in die, in, also, wie, wie, also, wir machen immer Ironie von, von allen, die Geschichte und von allen und, äh, und wir stoßen ganz sehr, also, bis, glaube ich, bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, 120 Jahre sollte man in Ungarn nicht mit Bier stoßen, wegen unserem Aufstand gegen, ähm, gegen Monarchie. Ja? Und das blieb 220 Jahre lang. Eine schöne Tradition. Und jetzt ist aber, jetzt ist aber weg, ja? Jetzt kann man schon. Was ist das für eine Rolle, die Sie in diesem Film spielen? Also, die ist, ähm, eine Frau, die aus Ausland kommt, lebt, äh, auf, auf, auf dem Straße und dann wurde in einem Nachtsbar eintaucht, eingetaucht. Sie taucht ein in die Nachtunterwelt? Ja, sie taucht ein in, in einem höllischen Bar. Und muss sie, äh, prostituieren, obwohl sie keine Lust dazu hat. Und, ähm, und danach, äh, geht sie trotzdem, äh, ins Bett mit einem Mann und verliebt sie sich sofort in diesen Mann und der Mann rettet sie danach am Ende. Ja, und Sie haben eine gefährliche, eine gefährliche Szene. Sie tanzt mit einer Schlange. Vielleicht können wir das mal gerade kurz zeigen. Einfach Schlange? Ja? Ja, erst mal ziemlich große Angst gehabt, aber dann haben wir uns, äh, ganz doll befreundet. Und, äh, war nicht mehr so schweig. War da ein Tiertrainer mit dabei? Genau, genau. Und ich hab immer, äh, zum Tiertrainer geguckt, äh, ob, äh, wie, äh, wie, äh, reagiert, weil ich kenne die Menschen viel besser als die Tieren. Ja. Und wer er große Angst hatte, dann wusste ich, dass was nicht, ähm... Ach so, er hatte teilweise Angst, während während gedreht wurde. Also, ich hab's so gesehen. Vielleicht hat er überhaupt keine Angst, aber ich, 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 ich war ganz doll an ihm und ich, ich wollte einfach nur an ihm gucken am Anfang mit, mit der Schlange, aber nichts passiert. Und ich wusste auch nicht, wie gefährlich das Tier ist eigentlich. Also, ich meine, zwar keine Giftschlange, aber trotzdem haben wir so eine Würgeschlange. Ja. 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 Also, Sie haben auch keine Wohnung in Deutschland oder was? Ist das richtig? Ne, also ich bin nur in Deutschland, wenn ich drehe oder wenn ich Deutsch lerne, dann, dann wohne ich entweder, äh, während der Dreharbeit im Hotel und dann, äh, bei Freunden und Freundinnen. Also. Es war sehr schön, Sie mal hier bei uns zu Gast gehabt zu haben. Ein, ein Hauch von, äh, Ungarn und von Budapest hier bei uns, ja. Der Film heißt Vienna, ab heute im Kino. Vielen Dank. Danke. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Danke. Erika Maroscham, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Dankeschön.